Lady in Red, Prinzessin begeistert auf Launch Event Prinzessin Kate, 41, sorgt mal wieder für einen Bauauftritt. Die Gattin von Prinz William, 40, gilt bekanntlich als die Stil-Ikone der britischen Königsfamilie. Egal, was die dreifache Mutter trägt, wird zum absoluten Hingucker. Neben traumhaften Robben und Rücken präsentiert sie sich aber auch gerne in Stühles-Hinn-Bläser-Kostümen. Nun bekannte Kate wieder mal Mut zur Farbe, auf einem Event bewies sie in einem knalligen Kostüm abermals Stilsicherheit. Am Montag strahlte die Prinzessin von Wales auf einem Event für ihre Kampagne zur Förderung frühkindlicher Entwicklung. Zu diesem Anlass schlüpfte die royale Fassionista in einen knallroten Hosenanzug mit einem tieferen Ausschnitt. Dazu kombinierte sie eine passende Klutsch, goldene Ohrringe sowie spitze Pumps in der Signalfarbe. Das Outfit ihres Gatten war farblich auf ihren Look abgestimmt, der Thronfolger trug nämlich eine rote Krawatte zu seinem royalblauen Anzug. Bereits am Wochenende hatte Kate auf ordentlich Farbe gesetzt. Im Rahmen eines Termins für die Tafel erschien die royale Fassionista in einem pinken Mantel. Mit einem farblich abgestimmten Rollkragenpullover sowie einer grauen Schlaghose machte die Schwester von Pippa Middleton, 39, ihren Look perfekt. Azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel Trage de mine caracterul meu de fier Că baie ploaie vând niciun curcubeu Dar ce că toate astea-s doar în capul meu Și zice du-te, nu mai sta Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva Închide ochii-s poți imagina că lumea e a ta Și-n plus Poți să sari sus, 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 sus Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei N-au avut hava Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus Pot eu să sar Acum că nu